Nadine Kleins 33 Instagram-Posts sorgen im Moment für großes Fernweh bei ihren Fans. Die ehemalige Bachelorette ist derzeit nämlich fleißig am Urlauben. Mit dabei ist auch ihre Freundin Maxime Herbort, 24. Für die beiden einstigen Bachelor-Kandidatinnen ging es erst nach Sri Lanka und danach auf die Malediven, dank so viel Sonneneinstrahlung kommen bei Nadine jetzt sogar Sommersprossen zum Vorschein. Sehr zur Freude ihrer Follower, deine Sommersprossen sehen so toll aus, schwärmt eine Followerin unter Nadines neuesten Instagram-Post und ist damit kein Einzelfall. Viele weitere User loben den natürlichen Urlaubs-Style der TV-Beauty. Kein Wunder, auf dem Selfie präsentiert Nadine ihr sonngeküsstes, ungeschminktes Gesicht. Schon nach wenigen Stunden erhält das Bild über ein und 20.000 Likes. Doch nicht nur mit ihrem lässigen Look, auch mit ihren sexy Badeklamotten punktet die Influencerin. Das blau-weiß gestreifte Bikini-Überteil kommt bei Nadines Suppotern jedenfalls bestens an und dient hervorragend als Fashion-Inspiration für den kommenden Sommer. Nach der Liebespleite mit ihrem Bachelorette auserwählten Alexander Hindersmann, 30, ist die schöne Wahl-Berlinerin Nadine übrigens nach wie vor Single. Ihre Urlaubsbegleitung Maxime ist hingegen seit kurzem offiziell vergeben. Um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, ist allerdings noch nicht bekannt. Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de Und dann geht's mit dem Glücklichen Hübsch. 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 Bis zum nächsten Mal.